In Oberpullendorf findet ein Seat Kneiss U10-Turnier statt mit insgesamt 16 Mannschaften, was sehr gut besucht ist. Super Wetter haben wir. Es sind sehr attraktive Spiele zu sehen. Das ist gesponsert von Seat Kneiss Autohaus, was jedes Jahr stattfindet, ist um die gleiche Zeit ungefähr. Der ist immer ein großer Rahmen. Nachmittag ist dann die U11, Vormittag ist die U10. Jetzt gehen wir schon langsam in die Finalspiele rüber. Die Kinder sind endlich einmal froh, dass sie rauskommen nach der großen Corona-Pause, was sicher nicht fördernd für den allgemeinen Sport ist und für die Kinderförderung auch nicht gut aufgenommen worden ist. Ja, die Vereine sind zum Beispiel, fangen wir an beim FK aus der Wien, Team Wiener Linien, Rapid Oberla, Kro Vienna, vom Heimatverein SC Junior aus Oberpullendorf, dann finden wir noch GAK ist dabei, Köschczek, ein ungarischer großer Nachwuchsverein. Ja, und Riketa Nau ist natürlich auch dabei. Seine Volk kennt wohl kein Ende, der Himmel ist nur die Grenze, Weltmeister mit 19 Jahren, die meisten seinem Alter kommen nicht mal klar, Kindheit dunkel wie ein Keller, jetzt schweißen wir die Welt. Erster! Super! 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 Ich grüße meine Mama und Papa und mein Fernseher. Ich grüße meine Familie, ich liebe sie über alles. Ich grüße meine Playstation 4 und meine Eltern. Ich grüße meine Eltern und meine Omas und Opas. Ich grüße meine Familie. Ich grüße meine Mannschaft und meine Familie. Ich grüße meine Mannschaft, Familie und PS4. Es ist ein heller Neymar, kann wohl besser skilln, ja, aber MRP ist einfach schneller, schneller, schneller. Ball, 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 ball! Hey, 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 MRP ist einfach schneller, 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 hei, hey. Was schön! MRP ist einfach schneller, 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 schneller. A nevem nagyon tetszik nekem ez a torna. Köszönöm a papának, a mamának, a tesóknak, anyának, a apának, hogy eljöttek megnézni engem és élvezem, hogy itt lehetek. Indigessél nekik. Csööööö! Kőszegi Lorán tepcél klubjába facizok és nagyon örülök, hogy itt lehetek. Még nem rúgtam gol, de remélem, hogy fogok. Szeretném apának bőzonyítani, hogy a facizok. Kőszegi Lorán tepcél-ből jöttem. Ő Molnár Bálinnak kívnak és nagyon jó ez a torna. Szeretek focizni és szerintem meg fogjuk nyerni a tornát. Én Noá vagyok és Kőszegi Lorán tepcél-ből jövök. Nagyon tetszik nekem ez a torna és remélem meg fogjuk nyerni. Milán vagyok. Nagyon szeretek focizni. Nagyon szeretem a tornát és köszönöm apukámmal. Horváth Noár vagyok. Szeretek focizni és köszönöm, hogy a tessünk meg apukámmal. Horváth Noár vagyok. Köszönöm, hogy itt lehetek. Lorán tepcél klubjával facizok. Nagyon jó a torna. Remélem, hogy sokból tudok kívni. Köszönöm, hogy a kőszegi Lorán tepcél-ben játszok és semér megnyerik a tornát. Köszönöm, hogy a kőszegi Lorán tepcél-ben játszok. Köszönöm, hogy a anyának, apának és a tessónak, hogy itt vannak. És nagyon tetszik a torna. Aztán köszönöm, hogy köszönöm, hogy közönjét��őj és mert a fektörlőjában szólókban tesszönkelőjában. Nos az ögéblőjában m csak látjában. Érd vözőjában és a tanúlát képegy tetszönkelőjában. Ich bin Mokotan dafür und ausreden. Ich bin ausreden. Du oder so? Es sieht bis jetzt ziemlich gut aus. Es sieht bis jetzt ziemlich gut aus. Wir haben bis jetzt gegen Kost 4-0 gewonnen. Und gegen Oberpullendorf haben wir 6-0 gewonnen. 8-0. Das erste Match war es nicht so anstrengend, aber das zweite Match haben wir schon mehr als zu viel gemacht gegen Kost. Es geht für die Strecke. Die Männer müssen aber kein Tor bekommen. Doch weiß Licht an den Händen des Tones. Um FIFA zu kaufen, da braucht es ein Fahrer. Denn der Essenz ist ja der Star auf dem Cover. Wir haben Sieg mit 19, das ist viel zu krass, man. Etwas, was von Eindolentisch mal geschafft hat. Einen Gewinn gibt es so. Er ist kaffig. Mbappé, ein Idol seines Landes. Er wird der Star sein bei dieser WM. Das wird dann schon wieder um Titel gehen. Mbappé ist einfach schnell, weil ihn keiner hält. Er ist einer der besten Fußballer auf der Welt. Und er zieht die Fahrer. Eindolentisch mal. Seiner Fall kennt wohl kein Ende. Der Immel ist nur die Grenze. Weltmeister mit 19 Jahren. Die meisten Seine Malta kommen nicht mal klar. Chiltide, don't play wie ein Keller. Jetzt schmeißt eigentlich immer älter. Neymar kann wohl besser skillen. Ja, aber Mbappé ist einfach schneller. Seller, schneller. Ey, ey, ey. Mbappé ist einfach schneller. Seller, schneller, schneller. Hallo. Wir sind hier in Burgenland in Oberpullendorf. Und wir spielen heute ein Turnier. Ein internationales Turnier. Und wir freuen uns hier in Burgenland zu sein. Und wir geben unser Bestes und werden probieren das Turnier zu gewinnen. Hallo. Ich bin der Marco, der Torwart von FAC. Wir haben hier jetzt im Burgenland ein Turnier. Und hoffentlich werden wir das Turnier gewinnen. Und den Preis hoffentlich mit nach Hause nehmen. Hallo, ich heiße Norm Schalef. Und ich bin der Spielerrechte Stürmer von FAC. Und hoffentlich gewinnen wir das. Es gibt keinen Schwachen oder Starken. Es gibt keinen Schwachen oder Starken. Ich heiße Mario und bin gerade ein Turnier im Burgenland. Und ich bin rechter Verteidiger. Hallo, ich heiße Jakob und wir haben gerade ein Turnier im Burgenland. Und jetzt bin ich auch ein rechter Stürmer von FAC. Und hoffentlich werden wir heute gewinnen wir das. Und die Punkte mit 40. Hallo, ich bin von der FAC. Ich bin der linke Stürmer. Ich heiße Lukas Ullara. Ich heiße Amir Hakimi, ich bin von FAC der Linke Stürmer und hoffentlich werden wir den Pokal mit nach Hause gehen. Nein, ich bin der Tobias, bin Mittelschwimmer und hoffentlich bringen wir den Pokal nach Hause. Ich bin Nico, ich bin Verteidiger und hoffentlich gewinnen wir das Turnier im Boden. Hallo, grüß Gott, mein Name ist Bajas Bozzai, ich bin Körsäge und ich bin Perein Körsäge. Wir sind ein 110 Jahre alter Verein aus Ungarn, wir nehmen gerne teil an diesem Turnier. Gestern waren wir schon mit zwei Teams dabei, U8 und U9, wir haben schöne Erfolge gehabt und wir hoffen heute mit dem U10 noch bessere Ergebnisse zu haben. Wo sind wir? Wir sind jetzt in Oberpolandorf. Ist das Burgeland oder? Burgeland. Okay. Kannst du jemanden grüßen in deinem Dialekt? Die ungarische Sprache. Ja, viele grüße aus Ungarn. Üdv mindenkinek. Hei rá, foci! Wow! Fass boy! Mach! Hau! Hei rá! Ja, aber MRP ist einfach schneller, hei, hei, hei. Hei, hei, hei. MRP ist einfach schneller, 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 schneller. Hey, hey, hey. Hei, hei. Und Alex und hier ein kleines Turnier. Die haben gerade schon zwei Spiele gespielt. Eines verloren und eins gewonnen. Und ja, gerade wenn sie das nächste Spiel gewinnen, sind sie dann zweiter Platz. Und das wäre richtig gut für unsere Mannschaft. Also ja, hier ist gerade ein heißes Alter in Bogenland. Und ich hoffe, es bleibt so auch die nächsten Wochen. Ciao! Heute ein Turnier, ein wichtiges Turnier. Und wir sind U10, Waffe Brigitte. Und ja, ich hoffe, wir nehmen den ersten Platz. Ich hoffe. Ja, ich hoffe heute, wir werden den ersten Platz. Und wir sind Waffe U10. Und ich hoffe, wir werden den ersten Platz. Und wir haben gegen Lars gespielt. Und wir haben 3 zu 1 gewonnen. Die Gegner waren gut. Ja. Aber gewonnen. Hallo, ich bin der Jovo. Wir haben ein faires Spiel gemacht. 3 zu 1. Wir haben uns belohnt. Es gibt 3 Tore. Wir haben gut geschossen. Ich habe nur ein Tor gemacht. Nur für Sie. Und ja, ich hoffe, wir gewinnen. Wir haben ein Tor gemacht. Ja! 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 Wir hoffen, damit wir gewinnen und alles. Ja! 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 SCO! Ich bin eine Mama von einem Spieler. Unser Verein ist Austria 13. Wir sind im 14. Bezirk. Wir sind hier auf einem Turnier im Obergründorf, in Burgenland. Es ist sehr schön hier. Bis jetzt schaut es unserer Mannschaft sehr gut aus. Wir haben zweimal gewonnen. Jetzt sind wir als nächstes dran. Und ja, es macht Spaß, hier zu sein. Danke. Das ist die Schwester. Wir sind am liebsten zum Anfeuern mitgekommen. Und? Freut dich? Ich freue mich schon. Ich freue mich schon viel. Ich glaube, wir haben eine gute Chance heute zu gewinnen. Wir unterstützen unsere Kinder für DWN-Elenkraft. Bis jetzt hat es gut aus. Ein Mensch hat mich gewonnen. Hallo, wir sind hier. Wir sind ein sehr gut organisiertes Turnier. Das Wetter ist fast so schön zum Fußballspielen. Die Jungs sind jetzt schon müde. Hört mal links in die Kamera Jungs. Moin Meister! Noch ein Feier dazu. Und wir kommen auf jeden Fall nächstes Jahr wieder ins schöne Burgenland. Wir haben jetzt gut gefallen. Es war nicht so aufregend, weil wir eigentlich mehr verloren haben. Und nur ein Unentschieden und gar nicht gewonnen haben. Ja, wir haben noch gar nicht gewonnen. Es war jetzt nicht das Beste. Es geht ja noch weiter. Beim nächsten Turnier in der U11 werden wir gewinnen. Es war schön. Leider mehr verloren. Aber passt schon. Nächstes Jahr gewinnen wir das Team. Es war hier schön. Es ist hier schön. Aber hoffentlich gewinnen wir noch. Oma grüßen. Mein Opa. Ich will meine Oma und meinen Opa grüßen und meine Mama und meinen Papa. Ich grüße meine ganze Familie. Ich grüße auch meine ganze Familie. Ich grüße auch meine ganze Familie. Ich sag Rabbi. Rabbi Oma! Sein Erfolg kennt wohl kein Ende. Der Himmel ist nur die Grenze. Weltmeister mit 19 Jahren. Die meistens seine Meisterkunde nicht mal klar. Chantai-Dokel wie ein Keller. Jetzt schreibt sein Licht immer heller. Na immer kann wohl besser spielen. Ja, aber MAP ist einfach schneller. schneller, schneller, schneller. Ey, ey, ey. MAP ist einfach schneller. Schneller, schneller. Ey, ey, ey. MAP ist einfach schneller. Schneller, schneller. Ey, ey, ey. Ey, ey, ey. MAP ist einfach schneller. Schneller, schneller. Ey, ey, ey. Er ist hundertmal schneller als Hummels, Spieltag, man kann denkt, wenn er schummelt. Ohne Fußball wäre sein Leben dunkel, noch weiß Licht an dem Ende des Turnes. Wir sind U10 Wiener Berg, haben das erste Match gewonnen, 2-0. Erstens war gut, aber am Anfang hatten wir viele Chancen. Wir haben halt glatte Posten zurückgebracht. Hallo, ich bin der Trainer von der UCN von SVG. Wir sind da heute im Burgenland in Oberbullendorf bei dem Superturnier Sonnenschein und sind bereit für die Spiele. Danke. Also ich bin der Robin, ich spiele bei Gerersdorf bei diesem Turnier. Es ist sehr schönes Wetter. Und jetzt spielen wir gleich gegen die Hälfte, Spazien von Servus. Feuer, sobald es wieder steht, wir sind die Wette von SVG. Gut, nur Spaß, es ist schönes Wetter. Mir hat es auch gut gefallen, aber dabei verlieren wir fast. Es ist schönes Wetter. Wir probieren, dass wir alle natürlich gewinnen. Es ist bis jetzt nicht so gut gelungen, wir hoffen, wir werden jetzt gewinnen. Ich finde das Turnier eigentlich ganz gut, aber wir sollen mehr gewinnen und jetzt auch gewinnen. Ich finde das Turnier auch gut, aber wir verlieren bis jetzt alles. Ich finde das Turnier auch gut und das Wetter ist auch schön. Das Wetter ist schön und ich hoffe, wir gewinnen jetzt. Das Turnier ist bis jetzt cool und ich hoffe, wir gewinnen jetzt. Alles gut. Das Turnier ist bis jetzt. Wir sind aus Oberwart, wir sind hier zu Hause im Burgenland. Die zweite burgenländische Mannschaft hier neben dem SCO Bullendorf. Wir haben kürzest die Anreise gehabt vielleicht. Bis jetzt ist es ein sehr heißer, schöner Tag, nicht ganz so gut gelaufen. Spritige, schiere Entscheidungen, unglückliche Tore. Aber wir geben unser Bestes und werden vielleicht noch ein gutes Turnier spielen. Nicht so gut, glaube ich. Es läuft nicht so gut, sonst ist gut, glaube ich. Also ich finde, wir haben gut gespielt. Das ist ein Trainingsmatch. Ja, sehr viel Spaß. Ja, wir haben halt gekämpft um alles und haben es halt nicht so weit geschafft. Ja, ich finde es, wir haben gut gespielt. Ein paar Fehler, aber wir können noch neuer werden. Ja, wir haben echt gut gespielt. Ich habe halt einen Fehler gemacht, ja. Ich habe sehr Spaß gehabt, es war sehr cool. Auch wenn wir jetzt Letzter wären, wir haben gut gekämpft. Und wenn man gut kämpft, ist man trotzdem Erster. Super. Ja, es hat Spaß gemacht, nur wir haben es nicht so weit geschafft, wie wir es gedenkt haben. Ich wollte weiter, ich wollte weiterkommen zu einem Finale. Ja, ich glaube, die Jungs haben schon alles gesagt. Tolle Veranstaltung, tolles Wetter, sehr heiß. Brav gekämpft, nicht so gut gelaufen, aber vielleicht klappt es nächstes Jahr besser. Schauen wir, dass wir jetzt irgendwie noch ordentlich fertig spielen. Und dann haben wir unseren sonnigen Abschluss verdient am Sonntag heute. Vielleicht den Bart dann am Nachmittag, gell? Ja. Okay? Ja. Eins, drei, drei, Oberbart! Hallo, wir sind der Verein ESCACRO-Vienna. Wir kommen aus Wien und wir sind die U10. Ja, wir freuen uns auf das Turnier und ich hoffe, wir werden gut abschneiden. Wir sind in Oberpolendorf. Aus dem Burgenland, ein schönes Burgenland. Wir sind auch froh, dass wir hier sind. Das ist schon das dritte Mal, dass wir hier sind. Und ich hoffe, es wird weiter so ein schönes Turnier gehen. Ohne Fußball wäre sein Leben dunkel, doch weiß Licht an den Händen ist schon nichts. Um FIFA zu kaufen, da braucht er kein Fahrer, denn er ist jetzt ja der Star auf dem Cover. EM-Sieg mit 19, das ist viel zu krass. Mein etwas, was Ronaldo noch nicht mal geschafft hat. Einen Gewinn gibt's nicht ohne des Kampfes. Mbappé, Amigol, seines Landes, kann er der Bestar sein bei dieser WM. Das wird dann schon wiederum Titel gekämpft. Mbappé ist einfach schnell, weil ich Heiler hält. Er ist einer der besten Fußballer auf der Welt. Unwissigbar, wir sind FIFA. Sein Erfolg kennt wohl kein Ende. Der Himmel ist nur die Grenze. Weltmeister mit 19 Jahren. Die meisten sein im Alter kommen nicht mehr klar. Ich bin der Franz, ich trainiere hier das FTT Neusiedl. Das ist ein Fußballtalente-Organisationsverein vom buddingendischen Fußballverband. Wir freuen uns auf dieses Turnier. Wir kommen hier alle Jahre wieder her, gerne. Und freuen uns auch, dass wir mit anderen Mannschaften aus der anderen Region spielen können. Es sind 16 Vereine, 4 Gruppen. Die Gruppensieger werden sich dann entsprechend den Turniersieg ausspielen. Aber wichtig für die Kinder ist, dass wir hier dabei sind. Dass wir Freude und Spaß am Spiel haben. Und dass sie entsprechend auch ausgebildet werden. Wir haben zweimal das leere Tor nicht getroffen. Das möchte ich nicht sagen. Das ist gar nicht. Wir gewinnen das nächste dafür. Das nächste gewinnen wir. Skoil wie im Keller, jetzt schweiten Zeit der Stimme Heller. Weimar kann wohl besser es gehen. Aber MRP ist einfach schneller, 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 schneller. Hey, hey, hey. MRP ist einfach schneller, 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 schneller. Hey, hey, hey. Homer, zweit ist Musharra, als war ich. AMP ist einfach schneller, schneller, schneller. Hei, hey, hey. migration, etmeuerra, schneller, schneller. Hey, hey, hey. Hallo, ich heiße Alexa, ich bin U10 von TWL Elektra. Wir sind im Burgengang wegen dem Turnier, es sieht sehr gut aus, wir sind im ersten Platz, nächstes Match gegen Post. Ich habe bei uns gut gekämpft, wir sind im ersten Platz in unserer Gruppe und ja, was soll ich sagen, ich lache die Hunde, ich weiß nicht, ich spiele bei TWL Elektra und werde Torwart und ich finde, wir haben ganz gut gespielt. Es gab Aktionen, die gut waren, aber es gab auch Aktionen, die nicht so gut waren und das Ganze, das Turnier hoffen wir, dass wir gewinnen und dass wir gut spielen, dass wir uns vorbereiten für die Champions Tour. Hallo, mein Name ist Patrick, ich spiele bei TWL Elektra um 10. Wir sind sehr gut ins Turnier gestartet und wir hoffen, dass wir es im ersten Platz haben. alle haben gewonnen, also ich spiele bei TWL Elektra um 10. Wir sind sehr gut ins Turnier gestartet und haben herzlich gewonnen. Alle haben gewonnen, also ich spiele mir gleich gegen die andere und dann ist es für ein bisschen alle. Bye! Sein Erfolg kennt wohl kein Ende, der Himmel ist nur die Grenze. Weltmeister mit 19 Jahren, die meisten Zeit im Alter kommen nicht mal klar. Kindheit dunkel wie ein Keller, jetzt schreit sein Licht immer heller. Neymar kann wohl besser skillen, ja, aber MAP ist einfach schneller, 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 ey, ey, ey. MAP ist einfach schneller, 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 ey, ey, ey. MAP ist einfach schneller, 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 ey, ey, MAP ist einfach schneller, sehr cool. Wir haben jedes Spiel gewonnen. Meine Mutter und meine Familie. Es war sehr gut, wir haben ein Spiel gewonnen, alles klar. Wir waren ja wirklich ganz gut. Wir haben das zehnmal gewonnen. Und ich finde es eigentlich ganz cool hier zu sein. Und ja, ich grüße alle raus. Und wenn sie kaufen, da braucht man einen Pasa, denn er ist jetzt ja der Star auf dem Kasa. WM-Sieg mit 19, das ist viel zu krass. Man hat was, was Ronaldo noch nicht mal geschafft hat. Einen Gewinn gibt's insohle des Kampfes. MAP ist ja die Null seines Landes. Er wird der Star sein bei dieser WM und es wird dann schon wieder um Titel gehen. MAP ist einfach schnell, weil keiner ist. Er ist einer der besten Fußballer auf der Welt. Der Wiener Austria, Gini Trul Alphonsus. Der zweite Torhüter bei Elektra, Nikolas Blutmann. Die Nummer 13 der Wiener Austria, Leo Fischi. Die Nummer 4 der Team in der Wiener Elektra, Diko Haldin. Die Nummer 7 der Wiener Austria, Diko Tufi. Die Nummer 6 der Wiener Elektra, Michael Kilicic. Die Nummer 7 der Wiener Elektra, Diko Tufi. Die Nummer 7 der In Nr. 8 der Touristen angelachtete ist Konstantin Kuzma. In Nr. 9 der Touristen angelachtete ist Raphael Pabllovic. In Nr. 9 der Touristen angelachtete ist Marco Tikulic. Die Nummer 12, Davina Ostia, Luca Radafjörn. Die Nummer 10, der Sieb-Wiederin, Alekka, Dinal Rupanovic. Die Nummer 4, Davina Ostia, Patrick Gavedi. Die Nummer 13, der Sieb-Wiederin, Alekka, Alekka, Doutorovic. Die Nummer 6, Davina Ostia, Alekka, Bukovic. Die Nummer 14, der Sieb-Wiederin, Alekka, Patrick Kole. Die Nummer 14, betreut wird die Wieder-Ausgärme von Andreas Prohaska und Leon Scharif. Die Prozesse wird die Wiederin, Alekka, Antje und Markus Meddmauer und Andreas Kark. Vielen Dank. 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 ... 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